In diesem Video möchte ich euch mal fünf Tools zeigen, fünf Software-Websites, die ich täglich oder sehr regelmäßig brauche, um meine Aktienanalysen durchzuführen, meine Investments zu tracken und einfach bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Wenn dich das Ganze interessiert und du sehen willst, was für spannende Tools es gibt, dann bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren, sei es wie Einzelaktien, ETFs oder Optionen. Wir gehen jetzt gleich rein ins Video und ich möchte euch gleich das erste Tool vorstellen, das ich sehr regelmäßig nutze. Dieses Tool ist der Aktienfinder. Wenn ihr schon mal ein Video von mir gesehen habt oder regelmäßig meine Aktienanalysen hier auf YouTube anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass das Grafiken sind, die ihr hier seht, die immer wieder in meinen Videos vorkommen. Der Aktienfinder ist eine Website, eine Software, die eigentlich das einzige Tool ist, das ich nutze, das wirklich etwas kostet. Die anderen, die ich euch vorstelle, sind eigentlich alle in einer mehr oder weniger in einer Gratisversion erhältlich oder nutzbar. Aber der Aktienfinder sollte man schon dann ein Abo lösen, wenn man dann wirklich das Ganze sinnvoll nutzen will. Ich möchte vielleicht gleich zu Anfang sagen, dass ich keine Kooperation habe. Egal, welches Tool ich euch vorstelle, ich verdiene hier nichts dran. Ich stelle euch diese Tools wirklich vor, weil ich diese selbst nutze, weil ich diese Tools auch zusammen mit meinen Teilnehmern aus meinem Coaching-Programm wirklich auf täglicher Basis anwende und durchgehe und empfehle. Und nicht, weil ich hier daran irgendetwas verdiene. Ihr werdet auch keine Links irgendwo finden, irgendwelche Affiliate-Links. Das ist wirklich meine persönliche Meinung und Empfehlung dazu. Der Aktienfinder ist wirklich ein Tool, das nutze ich fast am meisten, weil es deckt für mich ein Grossteil meines Analyse-Prozesses ab. Und zwar ist das der fundamentale Teil. Also wo ich wirklich schaue, wie gesund ist ein Unternehmen, wie hat sich ein Unternehmen entwickelt, wie wird sich das Unternehmen auch in Zukunft entwickeln. Weil ich habe quasi alle Angaben, die ich in einem Quartalsbericht in einem Jahresabschluss habe, wird mir schön komprimiert zusammengefasst im Aktienfinder dargestellt. Und zwar nicht trocken anhand einer Bilanz, einer Erfolgsrechnung, sondern die Kennzahlen werden auch grafisch dargestellt. Das seht ihr jetzt hier sehr gut. Zum Beispiel die Gewinnentwicklung, die Dividendenentwicklung, die Cashflow-Entwicklung. Sehe ich schön über einen sehr langen Zeitraum, teilweise über 20 Jahre hinweg, sehe ich die einzelnen Kennzahlen, wie sich das entwickelt hat. Und kann mir sehr gut gleich schon von Anfang an ein gutes Bild verschaffen über das Unternehmen. Das Unternehmen, das ich jetzt hier offen habe, ist zum Beispiel Rollins aus den USA. Ich sehe hier grundsätzlich mal, wir haben das mit steigenden Gewinnen zu tun. Es gibt nur wenige Schwankungen. Das Ganze ist dann auch sehr gut erkennbar, wieso die Schwankungen stattgefunden haben. Man kann das nachvollziehen. Wir haben das Ganze auch auf der Umsatz- und der Margenseite, wo wir sehen, wie sich die Margen entwickelt haben. Auch sehr wichtig, wie sich die Umsätze entwickelt haben. Und natürlich aber das Ganze auch auf Seiten der Bilanz. Also wie ist ein Unternehmen verschuldet? Wie sieht das aus? Gibt es irgendwelche Probleme in der Bilanz? Das sieht man hier eigentlich sehr gut auch aufgrund von einer schönen Grafik, schöner Darstellung. Am Anfang ist das vielleicht etwas kompliziert. Man blickt da vielleicht nicht so ganz durch. Aber es ist wie immer im Leben, wenn man da gewisse Routine hat und weiss, wie man so ein Tool anwenden kann. Dann hat man hier relativ schnell einen Überblick und kann relativ schnell erkennen, ob es ein gesundes Unternehmen ist, das ein gewisses Wachstumspotenzial hat oder nicht. Das Schöne beim Aktienfinder ist auch, du hast schon Möglichkeiten, quasi Aktien zu filtern, Voreinstellungen zu treffen, welche Aktien das einem überhaupt angezeigt werden. Also selbst wenn man vielleicht am Anfang steht und die Unternehmen noch gar nicht kennt, kann man sich mit sogenannten Wachstumsfiltern oder Rankings schon mal vordefinieren, auf was man Wert legt. Ist man jemand, der auf Dividenden setzt? Ist man jemand, der auf Kurswachstum setzt? Wie viel Wachstum möchte ich haben? Wie viel Gewinnstabilität will ich haben? Aus welchem Land möchte ich Unternehmen haben, die mir angezeigt werden? Aus welchen Branchen? Also ich kann sehr viel einstellen und mir dann Unternehmen anzeigen lassen, welche grundsätzlich mal spannend sind und für meine Strategie Sinn machen. Das Wichtige einfach beim Aktienfinder ist, es ist ein relativ mächtiges Tool, umfangreiches Tool. Also man muss schon wissen, wie man das Ganze anwendet, weil das Problem ist einfach auch, dass man gewisse Kennzahlen fehlinterpretieren kann. Also gewisse Kennzahlen, wenn man natürlich nicht weiss, wie man diese lesen muss, wie man diese anwenden muss, wie man diese interpretieren muss, dann nützt einem ein sehr gutes Tool relativ wenig. Man muss schon den Gesamtkontext haben, man muss ein gewisses Grundwissen haben und wissen, wie man den Aktienfinder für sich und seine Strategie, für seinen Alltag anwenden kann. Wenn man das aber weiss, wenn man das gelernt hat, dann ist das wirklich ein mächtiges Tool und ich persönlich nutze das wirklich sehr oft. Ich nutze es vor allem, um meine Investments zu tracken. Ich nutze es, um meine Aktien quartalsweise zu überprüfen, ob das Gewinnwachstum, das Umsatzwachstum, das Margen, die Margenentwicklung auch so eingetroffen ist, wie man das prognostiziert hat. Ich überprüfe das regelmässig, habe hier meine Prozesse. Ich nutze den Aktienfinder aber auch, um spannende neue Unternehmen zu finden oder zu vergleichen mit anderen Unternehmen. Und habe hier quasi eine Watchliste für mich zusammengestellt, oder mehrere Watchlisten. Wenn ich mal eine Aktie verkaufe, weil diese vielleicht sehr gut gelaufen ist und ich meine Gewinne realisieren will, weil ich festgestellt habe, dass die Aktie vielleicht dann einfach sehr heiss gelaufen ist und irgendwann mal werde ich dann ausgestoppt, dann habe ich hier im Aktienfinder immer schon eine schöne Watchliste zusammen mit tollen Alternativunternehmen, in die ich dann mein Kapital umschichten kann, damit das Kapital dann auch wirklich nachhaltig weiter für mich arbeiten kann. So nutze ich den Aktienfinder sehr gerne. Und es gibt noch ein anderes Tool oder ein anderes Feature im Aktienfinder, das ich sehr gerne nutze. Und zwar ist es die Berechnung oder das Erkennen eines fairen Wertes. Also ganz einfach gesagt geht es darum, um zu sehen, ist eine Aktie extrem hoch bewertet, extrem tief bewertet oder irgendwo in der Mitte relativ fair bewertet. Und das kann man anhand verschiedener Kennzahlen, kann man das hier einstellen, ohne dass man sich das irgendwie berechnen muss. Man muss hier nicht Mathematik studiert haben, man muss keine Bilanzen lesen. Man kann das wirklich hier sehr gut nutzen. In diesem Aktienfinder sich das grafisch darstellen lassen, um zu erkennen, ob aktuell ein Einstieg grundsätzlich mal ideal ist oder ob man vielleicht nicht eher warten soll, bis sich der Aktienkurs wieder seinen fairen Wert angenähert hat. Das sind natürlich alles so gewisse Richtwerte. Da kann man natürlich nicht eins zu eins draufgehen, wenn wir jetzt eine faire Bewertung haben, dass man immer gleich kaufen muss. Das ist immer das quasi ein Puzzlestück vom Gesamtpuzzle, wo man dann einfach wieder für sich nehmen kann, um eine Gesamtanalyse zu machen. Aber ich sage mal, wenn man den Aktienfinder verwendet, kann man sich sehr, sehr viel Zeit sparen, indem man keine Bilanzen, Erfolgsrechnungen lesen muss. Man kann auch gewisse Nachrichten einfach mal ignorieren, weil diese vielleicht einfach zu verwirrend sind und sich darauf beschränkt, was man hier für Informationen hat, Punkte der Fundamentaldaten. Es gibt natürlich ganz viele andere Tools im Aktienfinder. Ich möchte gar nicht in den Detail reingehen. Das soll jetzt irgendwie kein Tutorial werden. Ich möchte euch nur sagen, wie ich den Aktienfinder grundsätzlich für mich nutze. All die anderen Punkte könnt ihr euch gerne mal selbst anschauen. Es gibt es auch in der Gratis-Version schon mal zum ein bisschen rumexperimentieren. Und ansonsten, wenn ihr hier wirklich mal wissen wollt, wie man das für sich nutzen kann, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt über Instagram oder über meine Website. Das nächste Tool, das ich regelmässig verwende, ist TradingView. TradingView werdet ihr auch kennen, wenn ihr meine Videos schon gesehen habt, .chart-Analyse. Ich nutze das Tool auch sehr regelmässig, sehr oft, um hier einfach charttechnisch all meine Analysen durchzuführen. Also ich bestimme, ob eine Aktie grundsätzlich mal in meinem Aufwärtstrend drin ist, ob die in meinem Abwärtstrend ist, ob wir irgendwo spannende Unterstützungs-Widerstandslinien oder Zonen haben. Ich schaue natürlich auch gewisse Indikatoren an, wie gleitende Durchschnitte etc. Aber ich nutze eigentlich vor allem wenige Indikatoren, wenige Informationen dafür, diejenigen, die auch quasi am Markt sehr oft verwendet werden und nicht irgendwelche Geheimtipp-Indikatoren, die meiner Meinung nach in den meisten Fällen eigentlich nur, ja ich sage mal, Bauanfängerei sind von irgendwelchen Brokern etc., sondern fokussiere mich hier auf die wesentlichen Dinge, die einfach die letzten Jahre, Jahrzehnte erwiesenermassen einfach Ergebnisse zeigen. Und da ist TradingView super, weil es gibt es quasi in der Basisversion, wo die Software, das Tool kostenlos ist, ist absolut ausreichend für die allermeisten Anleger da draußen, außer du bist Daytrader, außer du handelst wirklich täglich, dann lohnt es sich bestimmt auch eine Premium-Version, aber für die allermeisten, wie gesagt, ist es absolut nicht nötig. Man kann hier wirklich hunderte bis tausende Einstellungen machen, aber es gibt wirklich so einige Basic-Einstellungen und Formationen, die man kennen muss bei TradingView. Und da kommt man schon sehr weit und hat wieder ein weiteres Puzzlestück in seiner Gesamtanalyse, die man mit einer solchen Software wunderbar ableiten kann. Das Thema Chart-Analyse ist vielleicht etwas komplexer, etwas schwieriger zu verstehen, als das Thema Fundamental-Analyse. Aber auch da ist es keine Hexen- oder keine Raketenwissenschaft. Das kann man alles erlernen. Man muss aber auch hier wieder aufpassen, dass man hier nicht einfach irgendwo auf YouTube irgendwelche Videos schaut, Chart-Analyse und dann irgendwas übernimmt, weil es gibt einfach sehr viele Leute, die ich möchte jetzt hier niemanden nennen oder so, der irgendwas falsch macht oder so, aber die Gefahr ist einfach, wenn man sich dann zu viele Videos anschaut, punkte Chart-Analyse von zu vielen verschiedenen Influencern oder wie auch immer man das Ganze nennen will, dann hat man ganz viele Einflüsse und hat dann in so einen Mix von Strategien, die aber eigentlich gar nicht ineinander greifen. Und deshalb, wenn man Chart-Analyse anwendet, sollte man wirklich sich grundlegend überlegen, welche Strategie fährt man, auf welche Punkte will man sich fokussieren und nicht jetzt in wohin geht und da mal was rauspickt und da was rauspickt, weil dann macht das Ganze natürlich nicht viel Sinn. Okay, also für das nutze ich TradingView. Ich nutze TradingView aber auch ein bisschen mehr im fundamentalen Bereich, obwohl viele denken, TradingView ist nur da, um in welche Linien einzuzeichnen etc. Stimmt aber nicht. Wir können uns das Ganze mal hier auch wieder bei Rollins, bei der Aktie Rollins anschauen. Du hast bei TradingView die Möglichkeit, auch wirklich Fundamentaldaten einzusehen, die ganze Bilanz einzusehen, die ganzen Positionen in der Bilanz, die Erfolgsrechnung etc., die Cashflow-Rechnung. Also du kannst hier wirklich sehr tief eintauchen und das, was eigentlich der Aktienfinder einem abnimmt, wenn man trotzdem mal etwas tiefer reinsehen will in die Bilanz, in die Erfolgsrechnung, kann man das bei TradingView sehr gut machen, auch in einer kostenlosen Version. Das ist sehr, sehr interessant. Ich sehe bei TradingView übrigens auch, was die Analysten im Markt draussen von einer Aktie halten, welche Einschätzung man gegeben hat, welche Kursziele hier quasi von den Analysten gesprochen wurden. Das sind also Punkte, die man hier anschauen kann und von dem her wirklich ein sehr tolles Tool, das ich wirklich auch sehr regelmässig nutze. Okay, ein weiteres Tool, das ich nicht so regelmässig nutze, aber doch auch immer mal wieder, ist MarketScreener, die Website MarketScreener. Und da nutze ich das Ganze einfach auch für Nachrichten. Also wenn ich über ein Unternehmen etwas mehr wissen will, zum Beispiel wie ein Quartalsergebnis, wenn hier Ihnen eine Überraschung kam, weshalb das zustande kam, hat man hier Möglichkeiten bei TradingView sich News zu holen. Es gibt natürlich auch hunderte andere solche Seitenportale, die einem Nachrichten hier aufzeigen. Das muss gar nicht unbedingt MarketScreener sein. Für mich ist es einfach interessant, weil man hat hier relativ schnell auch einen Überblick über ein Unternehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier beim MarketScreener auf Company gehe, dann sehe ich gleich mal so eine kurze Zusammenfassung, was das Unternehmen überhaupt macht und in welchen Segmenten man tätig ist. Ich sehe dann auch die ganzen Segmente, wie sie sich entwickelt haben über die letzten ein, zwei Jahre, wie sich das auch verändert hat auf Jahressicht. Ich habe hier auch einen Einblick ins Management. Ich sehe, wer an der Spitze des Unternehmens sitzt. Und was für mich auch immer interessant ist, ich sehe die Shareholders-Struktur, also quasi die Eigentümerzusammenstellung eines Unternehmens. Also wer hat hier grosse Anteile an einem Unternehmen? In den meisten Fällen sind das dann irgendwelche Investmentfonds, wie der Vanguard Group oder BlackRock etc. Aber immer mal wieder gibt es hier auch Familien, die einen Grossteil halten. Zum Beispiel hier bei Rollings auch wieder die Familie Randall-Rollings. Die halten jetzt hier fast 45% am Unternehmen. Das finde ich immer auch interessant, wenn ich investiere in ein Unternehmen, dann möchte ich schon einen gewissen Einblick haben. Ich möchte wissen, wer hier die Kontrolle hat über das Unternehmen. Und da kann ich mich hier auch ein bisschen schlau machen über diese Familie. Gibt es hier irgendwelche grösseren Skandale? Wie, ja, was ist das? Was hat man für Werte in der Familie? Wie geht man da vor? Und das ist wirklich interessant, um einfach ein bisschen mehr Background-Wissen zu erhalten über ein Unternehmen. Es ist übrigens auch interessant bei Market Screener, um einfach mal zu sehen, wer hier in der Peer Group ist. Also was gibt es für andere Unternehmen, die ähnliche Diensteprodukte anbieten? Weil das Ganze ist hier in Sektoren und Untersektoren auch unterteilt bei den Aktien. Und da kann man einfach mal schauen, hey, gibt es hier andere Unternehmen, die ungefähr in einem gleichen Bereich tätig sind und kann mal diese auch mal anschauen, um danach vielleicht für sich zu eruieren, ob das ein tolles Unternehmen ist oder ob es vielleicht ein Konkurrenzunternehmen gibt, das sogar noch mehr Perspektive hat. Und so kann man auch wieder neue Unternehmen finden, welche interessant sind. Es gibt hier natürlich auch wieder massenhaft andere Einstellungen, die man vornehmen kann, Einsichten. Aber ich nutze es vor allem, wie jetzt eben gesagt, um diese Informationen für mich zu erhalten. Das nächste Tool, das ich auch regelmässig nutze, ist Statista. Auch hier ist es ein Tool, das, wenn man das wirklich umfangreich nutzen will, hat das einen gewissen Preis. Ich bin mir bewusst, dass es wahrscheinlich das Tool ist, dass für Kleinanleger eher das ist, dass man vielleicht mal streichen kann, das nicht unbedingt nötig ist, weil es kostet dann durch irgendwie 40 Euro oder so im Monat. Aber ich nutze Statista einfach sehr gerne, um mir Statistiken über einen bestimmten Markt zu holen. Also zum Beispiel, ganz einfach gesagt, ich möchte zum Beispiel in Apple investieren und habe jetzt mir schon ein Bild gemacht über das Unternehmen, möchte aber mehr über den Markt wissen und über die Konkurrenz wissen. Ich möchte wissen, wie die Prognosen von Marktspezialisten sind und kann hier zum Beispiel mal mir einfach Statistiken raussuchen über das Thema Smartphones, über das Thema Wearables, über das Thema Apps etc. Cloud und gerade wenn ich ein neues Unternehmen gefunden habe, das ich interessant finde, aber vielleicht noch nicht genügend Wissen dazu habe, kann ich mit Statista mir sehr schnell tolle Statistiken und Informationen raussuchen und habe auch die Gewissheit, dass das Quellen sind, die verlässlich sind und nicht irgendwelche komischen Websites, wo ich dann nicht weiss, wer hat die Informationen hier verbreitet. Das ist für mich wirklich hier ein sehr seriöses Tool, aber eben ich bin mir bewusst, dass das etwas ist, das sich jetzt nicht jeder leisten kann oder will. Wenn man wirklich das ganze Thema Anlage, Aktienanlage etc., Vermögensaufbau etwas in einem grösseren Stil betreibt, durchaus auch mehrere hunderttausend Euro oder vielleicht sogar im Millionenbereich unterwegs ist und sich wirklich vertieft mit einem Unternehmen befassen will, dann kann ich Statista wirklich sehr ans Herz legen, um hier einfach nochmal weitere Informationen zu erhalten. Okay, das nächste Tool, das ich euch zeigen will oder vorstellen will, ganz kurz, das ich auch nutze oder auch meinen Teilnehmern im Coaching empfehle, ist GetQuinn. Das ist ein Tracking, eine Tracking-Software, wo man sein Portfolio tracken kann. Also ganz einfach gesagt, es geht darum, jede Aktienposition, die man hat, kann man hier eintragen. Man hat sofort eine schöne Übersicht, wie man das bei seinem Broker auch hat. Nur habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei vielen Brokern diese Übersicht, diese Darstellung, ja, ich sage mal, nicht so schön ist, nicht so übersichtlich ist. Mit GetQuinn gibt es auch in der Basis, in der Gratis-Version, hat man hier einen sehr guten Überblick. Man sieht gleich, in welchen Unternehmen ist man investiert, wie hat sich das Portfolio entwickelt, vom Wertzuwachs her. Man sieht auch sehr gut die Dividendenzahlungen, die bereits reingekommen sind, aber man sieht auch schon einen Ausblick und kann sagen, okay, im nächsten Quartal, wahrscheinlich, wenn alles so läuft, wie erwartet, bekomme ich so und so viele Hunderte Euro oder Tausende Euro Dividenden ausbezahlt. Und das ist eigentlich ein schönes Feature, um herauszufinden, was für Cashflow, das man hier generieren kann. Man kann aber GetQuinn auch sehr gut nutzen, um einfach für seine Diversifikation im Portfolio einen guten Überblick zu erhalten, in welche Sektoren bin ich investiert. Man kennt es vielleicht, man hat irgendwo einen Lieblingssektor, zum Beispiel der Technologiebereich und dann hat man plötzlich 70-80% seiner Aktien in diesem Bereich und das kannst du verhindern, wenn du eine schöne Übersicht hast wie bei GetQuinn und dann siehst, okay, jetzt bin ich vielleicht etwas übergewichtet in diesem Sektor, jetzt muss ich vielleicht mal ein Unternehmen raussuchen, das mehr im Gesundheitsbereich oder im Industriebereich unterwegs ist, um hier einfach eine schöne Diversifikation im Portfolio zu erhalten. Das sieht man hier auch bei GetQuinn in einer sehr einfachen, schönen Übersicht. Es gibt auch eine App dazu, man kann auch unterwegs mal, wenn man irgendwo auf einer langen Bahn fährt ist, schnell sein Portfolio anschauen, ist alles noch in Ordnung, muss ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich irgendwo etwas verkaufe oder neu kaufen will, einen anderen Sektor etwas bevorzugen. Das sind also Themen, die man bei GetQuinn sehr gut abbilden kann. Ein sehr simples, einfaches Tool, das man kostenlos nutzen kann. Das sind so die fünf Tools, die ich euch vorstellen will. Ein Bonus habe ich noch, ich möchte das jetzt nicht als Tool nennen, weil es eigentlich so offensichtlich und simpel ist, aber viele machen es trotzdem nicht. Und das ist quasi Google. Also Google nutze ich sehr, sehr gerne und regelmässig eigentlich immer bei jedem Unternehmen, in das ich investiert bin, mache ich auch eine gewisse Google-Recherche. Also ich schaue mir bei Google News an, was es zum Unternehmen aktuell für News gibt. Vor allem ist es sehr interessant bei Unternehmen, ich sage mal bei 3M, also bei 3M, wenn man ein Unternehmen hat, das vielleicht fundamental eigentlich ganz spannend aussieht, aber man hat gesehen, der Aktienkurs hat sich eigentlich nicht so entwickelt, wie man das erwarten würde. Obwohl das Unternehmen eigentlich spannende Entwicklungen hat, ist aber sehr günstig bewertet. Da kann man mal eine Google-Recherche machen, findet dann sehr schnell raus, wo das Problem liegt. Da sieht man dann, dass hier Klagen am Laufen sind, dass es hier juristische Problematiken gibt, die noch ungelöst sind. Und das ist wirklich das simpelste Tool, das man nutzen kann, das jeder nutzen kann, das ist gratis. Und du hast eine unglaubliche Trefferquote, punkto der Informationen, die wirklich relevant sind. Wenn du auch mal eingibst, zum Beispiel das Unternehmen, das du investieren willst, dann gibst du ein irgendwelche 3M-Rechtsfälle oder 3M-Quartalsergebnis oder 3M-Analystenmeinungen oder sowas. Und dann in wenigen Minuten hast du dir schon ein relativ gutes Bild gemacht zu deinem Unternehmen. Vielleicht einfach Informationen erhalten, die dir die nackten Kennzahlen vielleicht noch nicht so gegeben haben. Und das ist einfach wieder ein weiteres Puzzlestück, das sehr sinnvoll ist, um für dich einfach ein gutes Bild zu erhalten zu einem Unternehmen, zu einer Aktie, ob das interessant ist zu investieren oder nicht. Gerade auch, wenn du vielleicht plötzlich mal eine Aktie hast, die plötzlich mal 6, 7, 8% auf Tagesbasis nach oben oder nach unten geht. Spezialereignisse. Und du weisst nicht, was ist hier passiert? Gib das bei Google ein. Du wirst in den meisten Fällen so für deine Antwort erhalten und kannst hier entscheiden, wie du weiterfahren willst mit deinem Investment. Also es gibt natürlich noch ganz viele andere Tools, die man nutzen kann. Das sind einfach so 5, 6 Stück, die ich denke, die für jeden wirklich Sinn machen oder für die meisten Sinn machen. Und wenn du für dich wissen willst, wie man diese Tools wirklich sinnvoll anwendet, wie man diese nutzt, um eine stimmige Gesamtanalyse zu einem Unternehmen zu machen, dann schau doch mal vorbei auf www.matthiaskristen.com. Meld dich für ein kostenloses Beratungsgespräch. Da kann ich dir gerne aufzeigen, wie man diese Tools sinnvoll nutzt, wie man für sich ein schön gut diversifiziertes Aktienportfolio zusammenstellt und damit auch nachhaltig den Gesamtmarkt zu schlagen vermag. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir ein Like dalässt, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Es kommen immer wieder laufend weitere solche spannende Insights zu meinem Vorgehen an der Börse. Es kommen natürlich auch immer direkte, sehr detaillierte Aktienanalysen auf meinen Kanal. Von dem her, wenn dich das Thema interessiert, lass mir bitte ein Abo da. Du kannst mir gerne auch einen Kommentar dalassen, welche Tools du selbst noch nutzt. Würde mich auch sehr interessieren. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dein Matthias Christen.